Das ist die beste Akkro-TV. Du bist zu schnell, Mensch. Du bist zu langsam. Szene 1, Take 1. Szene 8, natürlich. Szene 8, Take 1. Die zu verhörende Person wirkt mit einem gefassten Zustand. Die Verhörte macht einen gefassten Eindruck. Ich glaub mal. Die Angeklagte macht einen gefassten Eindruck. Halte! Schau dir mal. Und... Ihr könnt immer noch machen. Steigt einfach raus. Mach die Klappe. Halt! Halt! Action! Oje! Cut! Cut! Oh! Alles gut? Ja! Scheiße! Oh! Okay. Festgenommen. Film ist vorbei. Wirklich? Alternative.